Ich würde gerne mal zum Haus von Granger. Oh, wir haben einen neuen Tagebuch-Eintrag. Das könnte man auch mal lesen, das ist wichtig. Was haben wir denn hier? Eine Kröte, ein Vogel, der Baum. Der legendäre Bär. Hab Mr. Mason geholfen, noch ein Bild zu machen. Diesmal von Wildfernten. Dafür hat er mir einen herrlichen Druck von einem der Wölfe geschenkt, die ihm neulich fast aufgefressen haben. Ja, das haben wir gesehen. Das war ganz cool. Da haben wir noch einen Vogel. Das sind die Bären, die wir gefunden haben. Das ist das neue Lager, nicht wahr? Clayman's Point. Wir haben noch mehr Probleme. Noch mehr weglaufen. Leviticus Cornwell, der gierige Ölbaron, Zuckerhändler und Eisenbahnmagnat, den wir vor einiger Zeit ausgeraubt haben, hat uns in Valentine aufgelauert. Offenbar hat er noch ein zusätzliches Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Wir haben uns den Weg aus der Stadt freigeschossen und sind knapp mit dem Leben davongekommen. Das einzige Lustige daran war, dass Herr Strauss einen Streifschuss abbekommen hat und sich angestellt hat, als müsste er gleich seinen kurzen Weg in die Hölle antreten. Danach sind wir aus der Gegend geflohen, noch weiter nach Südosten, wo wir jetzt an einem See lagern. Das ist ziemliches Neuland für mich. Charles und ich haben eine deutsche Familie gerettet, die auf dem besten Weg war, sich umbringen zu lassen. Er ist ein besserer Mann als ich. Er muss nicht erst nachdenken, um gut zu sein. Er macht es ganz automatisch. Als ob das gute und richtige Tief in ihm steckt und im Gegensatz zum Konflikt zwischen Gut, Böse, der in mir tobt. Wenn wir bloß vom Blackwater nach Westen geflohen wären, dann wären wir jetzt frei. Da draußen, wo wir hingehören, bei den Wilden und den Tieren. Diese Welt hier wird niemals unser Zuhause sein. Tja, aber ob es im Westen weitergegangen wäre? Sadie Adler. Claimance Point, Sadie. Mrs. Adler, die Witwe, die wir vor einiger Zeit gerettet haben, ist vielleicht die verrückteste von uns allen. Sie kämpft wie ein in die Enge getriebener Iltis mit einer Wut und einem Blutdurst, der mir eine Heidenangst einjagt. Wenn ich mich je mit ihr anlege, bin ich ein toter Mann. Was ich aber nicht vorhabe, denn sie ist eine wunderbare Frau, amüsant und gutherzig und anständig und zornig. Ich bin mit ihr einkaufen gegangen, um zu verhindern, dass sie den alten Piercen mitten im Lager in Stücke hackt. Und als wir dann überfallen wurden, wurde sie plötzlich zu... wurde sie völlig zu Furie und hat gezeigt, dass sie mindestens ebenso gut töten kann wie jeder von uns. Die Miss Adler. Okay, cool. Na dann. Würde ich sagen, machen wir mal unsere Lichten im Lager. Halt. Ach, hier ist jetzt das Futter für die Pferde. Alles klar. Direkt neben dem Zelt. Wo müssen wir das jetzt hinbringen? Oh je. Weite Wege hier. Halt du bloß die Fresse. Ja, ich weiß. Oh, die Wege sind hier wirklich sehr weit. Krass. Sehr, sehr weit. Entschuldigung, Hühnchen. Ja, okay. Wirklich weite Wege. Kommt hier, Fräuleins. So. Wo hatte ich denn das andere Zeug gesehen? Da drüben. Warte mal, was kann ich denn hier machen? Da ist auch ein schwarzer Punkt. Was kann ich hier machen? Nämmer anheben. Füll den Eimer am Fluss auf. Oh, okay. Wasser holen diesmal. Interessant. Oh, dieses Geleier von unserem Reverend. Ich hoffe, dass der Dutch jetzt nicht hier... Okay. Ne, 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 ne. Ne, 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 geh weg. Geh weg! Ach, er kommt mir hinterher. Scheiße. Ja. Was? Was? das wollte ich doch jetzt gar nicht ich wollte meine arbeit machen es tut mir leid okay wir gehen fischen ist recht ja das wollte ich doch gar nicht na gut große eiche hilf mir bitte kann er mal schneller gehen das voll arm da geht doch okay die alte bande wieder zusammen auf geht's ich habe keine ahnung was er gerade macht aber ist okay das stimmt ja ich wollte gerade sagen ist es ja auch ja welcher plan dann find somewhere where nobody will find us we don't have to hide like where I got some ideas hatching but I need you with me not against me both of you of course still we do need money so keep a low profile especially in the local town after valentine I want everyone on best behavior here no trouble but start turning over the soil and the rocks see what turns up dutch hat der banner angeordnet in roads keine waffen zu benutzen wir reiten immer weiter zurück nach valentine wir reiten immer weiter zurück nach valentine bis recht bis recht bis recht bis recht es ist Oh ja, Trelawney MK-Fisch Hogey McIntosh, in your service. Lee Gray, this is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scott? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly fancy fop back there do? Nothing too terrible I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no, 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 no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fella. Now, can we... Can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Allow us to help, my friend. Arthur. Chase wanted man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Okay. Hey! Das ist mal interessant. Stay with that train! Don't let them get away! Ich geb mir Mühe! We need them Anderson boys alive! Come on, hurry! Alright! Come on, we're losing them! Will you relax? We're not losing them! Faster! Come on! What's your name, sir? Arthur... Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. Ich bin doch schon dabei. Ich bin doch schon dabei. Ich bin doch schon dabei. Kann ich sie jetzt abknallen oder nicht? Oh! Idiot... Now get out to the others. Come on! The train is slowing down to go through the station. Now is our chance. Kiss if you can get alongside the train... Neben dem Zug! Nah... herzlichen Glückwunsch! ja 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 auf geht's aber vorsicht dein hut wo sie haben auf dem zug rum springen wenn ich nichts besseres zu tun hätte komm schon komm schon aber machst du super du wixer mein hut gute nacht nein aber ist falsch gelaufen ja ja komm kontrollpunkt natürlich stürzt er von der brügge ich habe in die andere richtung gedrückt aber wollte nicht gehen ok noch mal komm ja 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 ich renne schon wie ein bekloppt und hoch kann ich einfach runterfallen mein hut nein 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 nicht runterfallen gute nacht ok das war mal ein sprung hallo renner verrennen kommt ja mein freund ok er kennt mich aber gute nacht jetzt das messer irgendwie mitnehmen auch mitnehmen soll ich den auch noch naja da macht die tür auf der hat ein gutes haarspray genommen auf jeden fall auf mainz auf main fährt auch noch alles klar ja natürlich okay Okay. Die Grace. Die Grace, the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Roads, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaite. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. It sounds like quite the place you got here. Zwei Familien im Streit. Zwei große Familien. Not too bad a day for it. We're gonna bear left here. Na dann. Dass der da hinten nicht runter fliegt. Ja, Dutch hat ja beinahe angeordnet, keine Waffen in Roads zu benutzen. Oder Unruhe zu stiften. Wir sollen uns benehmen. Aber mache ich ja eigentlich... ...doch ziemlich, denke ich. Ich bin ein braver Afer. Here we are. Welcome to Roads. Schön hier. Up there on your left is the Roads Parlor house. Mhm. Very reputable saloon owned by the Grey family. Aha. We also have a general store, gunsmith, post office, train station of course. What more do you need? Very little. Oh good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay. We're gonna stop just ahead on the right outside the sheriff's office. Okay. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Ja, sicherlich. Ich bin ja hier eh der Judy vom Dienst und mach alles. Job, Job, don't just leave him slumped on there for the whole town to see. Carry him over then. Hey fellas. Kann der mal die Fresse halten? Der ist ganz schöner Arsch. Mr. Grey. We got him. Very good. I told you Arthur would deliver, man has a passion for justice. That's wonderful. So about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. Now I pretend to appreciate that. Mr. McIntosh. It has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. Make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents. Old timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see you sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo? These better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where you stand? I'm renting. A caravan. On the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot of greys and braithwaites. Interesting. Two old plantation houses. Falling out. Rebel gold. Marrying cousins. Not marrying. Borthy. Jose. You start poking around. See what you can find out about that. I have missed you boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here. And it seems like we can have a little sport. Well, there are good bounty. Where do you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line. Said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents or some sort. Super agents? I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Trelawney, man sieht sich. Tja, und siehste, da sieht man's wieder, dass Dutch nichts davon wahrhaben will. So these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the grey's place, see what the story is there. Mhm. I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaite. Alright. Thank you, Arthur. Na klar. Quite efficient. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Have you ever had a couple of shakes for one day? Na klar, wir gehen fischen, klar. Angeln gehen, los. Sure, why not? Auf geht's, Freunde. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? Eigentlich müsste man für den Ort hier unsere Jacke ausziehen, ne? Weil hier ist es zu warm eigentlich für ne Jacke. oder für den Staubmantel, den wir anhaben. Oder für den Staubmantel, den wir anhaben. Komm, Pferdchen. Alright, gentlemen. Follow me. Time to go, boy. Geht klar. Ich brauche bloß meinen neuen Hut. Den habe ich auf dem Pferd? Warum? Das ist der falsche. Das ist der richtige. Okay, wir können los, Freunde. So, how far is this creek? It's a bit of a ride still. And it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different pipe. It'll be worth it. Störe. We'll see if you're as good at catching fish as you are catching criminals, Arthur. Trellani owes me for that. Trellani owes everyone for something. But his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Sheriff Gray? So, you're going back to see that Sheriff Greg? Yeah. I don't see why not. They don't know who we are down here. He didn't seen the sharpest attacks. Neither did that deputy. If he thinks we can be useful to him, he can certainly be useful to us. A little hiding in plain sight. I feel like we're always hiding in plain sight. But sometimes more smartly than others. Oh. Trellani is like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is. But he's certainly going to disappear when he feels like it. Where does he go? Everywhere and nowhere, it seems. We wouldn't have shown back if he hadn't been weaseling around down that way though. He'll get better than us. Oh yeah. We hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. I don't even remember the name. You and Bill were off doing something, Arthur. So, we pick up some supplies. I go to relieve myself. Open the door. And there's Trellani. Sitting there. Newspaper in hand. Mr. Van der Linde. I say, what the hell are you doing here? And he said, I could ask you the same thing. Now, if you wouldn't mind giving me a little privacy, I ate a rotten oyster. Hey, maybe there are actually a hundred Salonis. This is the Spak. Down to the left there. In front sind wir aber weiter geritten. Warum sind wir vorn nicht hier runter? Wohohohoho. Okay. Ein schönes beschauliches Fleckchen. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Yes, over there on the shore. Wo denn? Ich könnte ja mal die Kinomodus ausmachen. Da. Na dann, auf geht's. Plötzer. Hier bleiben. Lieb sein. Hey, you son of a bitch. Okay. Na dann. Hier we gooo. Okay, klar. Auf geht's. Wo müssen wir denn hin? Darüber. Und somit können wir unsere Ausdauer verbessern, glaube ich, wenn wir einfach mit einem Boot fahren. Wie schön das umgesetzt ist, ne? Mach ich doch. Ach, den soll ich nehmen? Okay. Ich weiß schon, wie man angelt, aber danke, dass es jetzt noch mal gezeigt wird. Ist ja echt lieb. Komm schon. Gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Und da ist er. Ein Forellenbarsch. Der ist sogar neu. Cool. Forellenbarsche leben in offenen und fließenden Gewässern in allen Südstaaten. Sie sind leicht zu entdecken, da sie dicht unter der Wasseroberfläche schwimmen, aber deutlich schwerer zu fangen. Angler erzählen, dass Forellenbarsche die meisten Köder verschmähen, aber auf frische Flusskrebse gut ansprechen. Regen führt zu vermehrter Aktivität. Es gibt Gerüchte, dass ein legendärer Forellenbarsch in San Luis River umherschwimmt. Schöpfe. Schöpfe. Ich würde das gerne sehen. Ich würde das sehen. Was ist das? Hey, oh, da. Remember das Zeit, dass wir Arthur ausfischte? Er kam zurück mit drei schönen Bass. Das wieder? Ich glaube nicht. Oh, ja. Du bist. Er war vielleicht 20. 21. Er war voll in sich. Wir hatten eine große Feast. Er brachte ihn alle Nacht. Das war 15 Jahre vor. Oh, ich erinnere mich. So altes Arberscher. Arthur und ich sind auf dem Markt. Und der Fischmonger kauft. So, wie hast du diese Bass? Du kannst fischen. Oder du kannst jeden Tag trinken. Du kannst jemanden kaufen. Und einen Fisch kaufen. Schön. Hat er einfach mal den Fisch gekauft, obwohl er angeln sollte. Schön. Oh. Das war gerade ein großer. Aus dem Blüten. Wesley stand up, takes off his hat, bows his head. Then, he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So, I'm a little surprised, and say, Wesley, that was nice of you. And he replies, well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. Got him? Das ist doch schön. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed the lot. What? You never had control of that dog. Uh, he had some spirit though. Never lost the puppy in him. Right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. That's right. Where all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job? I liked it there. Still open and wild the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point in trying to get back that way anytime soon. Pinkertons have patrols out all over tall trees and great plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. Ja, du hast aber keinen Plan. Also was soll sich da ändern? Got a nibble there, Arthur. You hooked him? Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her. In my own way. And she, me and hers. Somehow, even from the grave. She managed to have the last laugh. Viel äh, alte Storys, die jetzt hier ausgepackt werden. Find ich sehr schön, muss ich sagen. Man kommt ein bisschen den Charakteren näher durch solche, äh, Missionen. Was ich ganz cool finde. Na komm schon, mein Kleiner. Ja, das weiß ich. Läuft echt gut. Verrotten die in meiner Tasche? Na komm Freunde. Hier angelt man echt gut. Ja. Ich hab ihn, ich hab ihn. Alles gut Freunde. Und da ist er. Traumhaft. Ja, das ist ein Keeper. Den behalten wir, da hast du recht. Wenn ich die Angel wegpacke, dann geht die Mission weiter, ne? Ja, warte. Warte. Wir haben ja Zeit. Lass uns unsere Taschen füllen. Na komm Freunde. Da gibt's halt Essen auf dem Tisch. Ja, sehr gut. Ja, wartet, wartet, wartet. Blei. Sehr gut. Hier fängt man gut Fische. Ich kann nicht wieder, ich kann keinen Fisch mehr behalten. Okay, wir müssen aufhören. Auf geht's. Ich kann keine Fische mehr behalten. Ich bin ganz gut. Ich bin einig. Wir haben hier eine gute Halle. Pearson wird glücklich sein. Schauen wir zurück? Wir können das Boot nicht weit weg nach der Camp. Gute Idee. Gute Idee. Gute. Was für die Hosen? Die werden ihren Weg zurück finden. Ich bin doch nicht in die Nähe. Das war lustig. Danke, Leute. Jetzt, Odea! Ja? Wie geht es für eine Saison? Okay. Okay, ich habe eine für dich. Ich fragte die Frau, um mir etwas zu geben. Ja, das ist so schön! Ich konnte nicht warten, bis die Tate war fertig. Ich legte sie auf den Klo und habe etwas geklappt. Ich wünsche dir Gott, dass ich mich überrascht habe. Ich wünsche dir Gott, dass ich mich überrascht habe. Ich wünsche dir Gott, dass ich mich überrascht habe. Ich wünsche dir Gott, dass ich mich überrascht habe. Das war ziemlich gut. Aber du weißt, welche Saison wir sagen sollten? Was? Das war so schön. Das war so schön. Das war so schön. Spoil est? Das war so schön. von Pech. Das war in einem Jahrzehnt. Das war so schön, fantastisch und da sind wir auch eine sehr schöne mission das hat mich so was ist schön wenn es dann so ein bisschen stimmig ist und sowas und selbst das kam hier doch recht nett rüber besser als bisher so freunde jetzt haben wir schon unser boot jetzt brauchen wir keinst mehr kaufen jetzt wird es wieder ernst ja jetzt hat man es gemerkt da kam das ernsthafte wieder schön das war eine sehr schöne mission das hat mich das hat spaß gemacht das hat mich gefreut das hat spaß gemacht